Bungern lassen, okay? Wenn ich dann mit dem Laserschwetsch flye, sage ich kaputt. Base-Standort, mhm, von Denne, von der Rebellion, okay, ich sammle jetzt erstmal mit dem Stream abgeben, mögliche Antworten. Solange lassen wir ihn da trocken. Kep. Nun fass mal, welche Informationen werden noch benötigt von dem Rebellen? Und sollen wir ihn laufen lassen oder töten nach der Befragung? Da wir nicht wissen, ob er uns einen Basenstandort weitergeben konnte, wäre es am besten, wenn wir ihn töten. Konnten Sie schon mit dem Funkgerät einen Funkspruch abhören? Bisher leider Funkstiller. Aber vielleicht können wir durch ihn den Standort von Ihrem Lager herausfinden. Eine sehr gute Idee. Befragen Sie ihn. Ich werde mich hinter Ihnen stellen. Versuchen, seine Gedanken zu lesen. Saboteur, Ihr Bunsenbrenner wird wahrscheinlich wieder gebraucht. Unabstark bewacht ist. Na, hallo. Schon hungrig? Wenn Sie so fragen, ja. Aber ich werde Ihnen niemals verraten, was Sie wissen wollen. Was möchte ich denn wissen? Meinem Lord haben Sie doch schon einiges verraten. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ach, Sie verderben mir doch den ganzen Spaß. Ich wollte mich doch nur ganz freundlich mit Ihnen unterhalten. Ja, so freundlich sieht das nicht aus, da mit der Wunderkerze im Hintergrund. Stammtruppe, ich bin hier mitten in einer Befragung. Gehen Sie und führen Sie weiterhin Ihre Aufgabe aus. Fertig, aber ich hätte sogar noch was. Nicht jetzt. Waffe rausholen. Wo sind Sie denn jetzt schon? Ich habe Ihnen schon viel zu viel erzählt. Ich habe Ihnen schon viel zu viel erzählt. Stur. Saboteur. Mit Ihrem Bunsenbrenner sitzen Sie dort besser. Wo haben Sie Ihr Lager errichtet? Ich bin hier gerade Ihr Eid. Das kann ich Ihnen einfach nicht sagen. Ich habe ein Eid geschworen, Sie zu bekämpfen. Ich bin hier offen. Nun ja, jetzt geht es um Erleben und im Moment bin ich Ihr größtes Problem. Nein. Als ich Dir an der Religion beigetreten bin, war ich bereit, für die Ziele zu sterben. Nun ja, Sie sind gerade sehr knapp daran gefühlt. Sie fühlen. Nichts, Ihr Leben zu verlieren. Aber Sie töten mich doch so oder so. Bunsenbrenner. Ah! 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 Versuchen Sie doch mal eine andere Stelle. Ah ja! Ah ja! Ich liebe diesen Geruch von verbrenntem Fleisch. Ah! 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 Das ist wie so ein Destin Oh Gott Das ist ekelhaft Wo ist Ihr Lagerstandort? Und wie ist die Bewaffnung dort? Funzenbrenner Sprechen Sie Aber Aber machen Sie das, was aufhört, ja? Aber Sie können sich rühren, solange er redet Unsere Basis Wirst du südöstlich von hier sein Aber ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin Ich bin einfach nur in den Wald gelaufen Dann sagen Sie doch mal, was ist denn in der Nähe Ihre Basis? Es muss doch markante Felsformationen, Brücken, Seen oder dergleichen in der Nähe geben Südosten, wo ist Südosten bei Ark? Es ist bei einer sehr großen, langen Steinbrücke Eine verfallenen Steinbrücke Ah Einer verfallenen Steinbrücke? Nein, das war was Natürliches Die Steinbrücke war intakt Und einen aus der Bettungskopsel besitzen Ja, man könnte darüber lauten Das sind wir auch Die habe ich ja ein paar verloren Käpt'n Fassma, keiner unserer Sturmtruppler besitzt einen Kompass Kann das sein? Wie meine ich Ich kann einen abgeben, ich habe noch einen Beenden Sie erst Ihre Frage Wie ist die Bewaffnung des Lagers? Was? Ich brechen Sie weiter Ah 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 what the fuck scheinbar war der Schock zu viel für ihn er ist unmächtig geworden hier liegt ihr Kompass ich habe bereits einen Kompass bekommen dieser hier ist zu viel Krippenfass mal, stecken sie in den Käse wir schauen in die Himmelsrichtung, Südosten und die Himmelsrichtung, die Himmelsrichtung die richtung das wurde blau pfeil zeigt oder die richtung das stimmt ein brücke setzen sie kletterhagen leider nicht so Oh. Nee, Norde wär so. Das wär Norde. Und so ist Südosten. Die Blauspitz? das wo die blaue spitze zeigt ist die richtung so hätte ich das gedeutet wie wünschen du den kompass leser schatten x das hier ist südosten wenn ich mich drehe und blick richtung das wäre norden mit osten ich habe noch nichts entdeckt fragen sie den gefangenen weiter jawohl imperator liberale entdeckt am brückenübergang über ihn unter beschoss captain fass mal haben wir niemals so nirgendwo heute Abend Sichtkontakt verloren die Bühne fällt mir etwas rauchartiges Frage mehr ich finde den Aufgang nicht mein lord ich konnte einen Funkspruch von der von der Frequenz des Rebellenorten es wurde zum Rückzug geblasen mein Imperator wir haben ein Wesen entdeckt was hier eingeklemmt ist welches ich noch nicht kenne Imperator wo befinden sie sich wir sind zurzeit unter Beschuss ich muss mich um den Beschuss kümmern Sturmtribbler brauchen Sie den Baumeister nein die Kreatur rennt uns nicht weg der Base zurück Sabotage jawohl wieder unter Beschuss unsere Sabotageeinheit ist unter Beschuss wir müssen uns beeilen habt ihr genug Munition dabei ja wir haben einen Imperator noch achten achtzig Schuss geht dann mein lord vorsicht Minen Sabotage es wird Minen verteilt Achtung mein lord ich habe den Funk das Funkgerät weiter abgehört die Rebellen suchen nach der Sanitätseinheit Sabotage wo befinden sie sich noch am Aufgang an dem sie abgestiegen sind wir haben sie entdeckt mein lord ich muss ihnen leider mitteilen der Gefangener ist verstorben er scheint erstickt zu sein ich weiß jedoch leider nicht wo du ich blicke einen Panzer sie gehen mir vor sie gehen mir vor zwei Personen eine andere Person was für eine Rüstung tragen sie hier wo ist ihre Schürze sie können nicht einfach irgendeine Rüstung anziehen der Basis zurück Captain Fasma einen Bericht abstatten Sabotage Einheit wie gehen wir vor Captain Fasma ich schicke ihn in einen Sturmtruppler der nicht richtig ausgestattet ist wir haben keinen Kontakt zu weiteren Rebellen wenn wir weiter vorstoßen wir müssen weiter vorstoßen zu unseren Toren Captain Fasma sobald die Sturmtruppler Einheit ausgerüstet ist brauche ich sie beide hier nicht rausgehen erst wenn wir vollständig sind sabotage einheit sie kennen sich am besten mit den minen aus wir haben den funkspruch abgehört das sollen minen verteilt sein versuchen sie unentdeckt zu sein und versuchen sie die minen zu entschärfen ja viel glück wir bleiben den funkkontakt wir versuchen von hier deckung zu geben ich kann nichts sehen kapitel fass mal sind sie schon auf dem weg kapitel fass mal nein mein leute ich bin noch nicht auf dem weg die sturm truppler einheit ist gerade zurückgekommen hinter ihnen im schrank ein stachel wir haben gerade rebeller angriff bisher keine minen entdeckt kein feindkontakt mein lord für farbe ist jetzt keine zeit wo ist der lord wir müssen unsere weiteren sturm truppler abwarten mein leute ich habe die sturm truppler einheit jetzt wieder mit der passenden rüstung ausgestattet jedoch ist es mir nicht möglich gewesen jetzt farbe zu organisieren für seine schütze immer wieder schön mit morisse wo der jetzt die rüstung kaputt gemacht hat bunker entdeckt analysieren bleiben sie unentdeckt wir sind gleich komplett mit der ganzen einheit habe eine explosion gesehen massive rauch bildung mein lord da muss was hochgegangen sein captain fass mal wie lange brauchen sie noch ich habe die sabotage einheit schon vorgeschickt ins kriegsgebiet mein lord wir sind auf dem weg da ich die position nicht kenne muss ich auf den schlumpfler vertrauen 361 wir gehen rücken vor rabotage einheit wir stoßen vor sie sagten es ist minenfrei keine mine bisher entdeckt wir kommen zwei stunden vor mir fassen mal hinter mir haben sie die betäubungs munition dabei oder nur tödlich es ist aber nur tödliche munition dabei feindliches objekt mein lord rabotage einheit jawohl wenn sie von hier etwas erkennen bleiben sie in deckung nicht das feuer öffnen noch wissen sie nicht wo wir sind ich habe noch nicht mehr krepplin hocks kein dreck wir kommen hier nicht rüber findet einen weg hier lang mein lord sehr gute arbeit nutzt die natürlichen deckungsmöglichkeiten ich sehe eine größere waffe mehrere bunker 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 auf 12 uhr ist bemannt der link einem von euch einen sicheren schuss rabotage einheit rabotage einheit ist anwesend und linken turm ausschalten ungesehen turm blubber turm trubber mittlere bunker befeuern gebt unsere sabotage einheit rückendeckung los ist gerade laserschwert kehrt linker bunker ist bemannt turm trubber vorrücken munitionssparender schießen die werden sie noch brauchen lauertage einheit nach vorne rückzug minen die rabotage einheit minen entschärfen feuerschutz sturmtruppler sind noch weitere minen vorhanden sabotage jawohl entschärfen und entschärfen wegschlagen geht das ihnen gut jawohl ihr habt ne fast mark wie ist der munitionsstand bei mir sieht das noch sehr gut aus man dort im moment die sabotage alle minen entfernt können wir vorrücken sofern sie denselben fahrt folgen sind alle mit einem schärfen turm trubber vorrücken der sabotage einheit hinterher was passiert da wir haben einen sturmtruppler verloren er hat direkt in den kopf geschossen bekommen sabotage sind sie verwundet wir haben wir haben wir haben einheit fn verloren passen sie auf sich auf der sie haben gut wir haben stopp Ich will ein bisschen lang nicht aufhelfen, jetzt. Ich will ein bisschen lang nicht aufhelfen, jetzt. Jawohl. Nehmen Sie mal Ihre Kerze aus, Taran, Sie sind ja sofort zu sehen. John Trübler, rechts, Feuer! Riesen-Echse! Stirb, wir wollen abschauen. Rettet sich, wer kann! Sie haben mich getroffen. Ups! Aufgehen, was gibt's? Käpt'n Fassmann, wo sind Sie? Copyright Untertitel. Untertitelung des ZDF, 2020